hier ist das erste deutsche ttt mit der tagesschau berlin wir haben die terroristen weeper die terroristen panda und die terroristen snay flory und nana dabei auch der terrorist exe cyberbot und mr ko sind dabei diese werden wurden schon verdächtigt von den detektors navo und nana und angekündigt hat ihr jetzt die lotto zahlen wir 11 16 4 22 18 24 wie immer sind alle angaben ohne gewehr und jetzt zum wetter heute soll es ein sehr starker bombenregen sein kugelhage er ist auch um ein weiterer total katholik haus ansage ich gebe dir die macht und kann ich nur so groß wie lieferwagen was habe ich also groß wie lieferwagen aber wir haben eine halbe kann die ganze große golfbälle das war schlimm der mit sieben scheibe kaputt gemacht an und er schießt auf ihn was warum auf hinschießen auch hier kann da die goldbewerbung ist jetzt alles klar ab dessen wer alles Wieso? Ich wurde doch nicht confirmed. Du hast ne Bulldozer! Ich hab vielleicht einen Baustellen-Bulldozer, aber keinen normalen. Diese Diegel, ne? Hört sich so schrecklich an. Ich hab grad die Legs überhaupt. Nein, du hast keine Legs. Das ist, glaub ich, nur die Rotation Gun. Ach du Penner! Sorry, Echse, ich war schon einmal tot, ey. Ich sah mich nur noch so, peng, peng, und ich schreie los, Echse, und dann war ich schon tot. Was ist das für ein Error? Dass die Diegel auf einmal so einen anderen Sound hat. Wir haben eine Waffe gefunden gehabt, die eine Ähnlichkeit an die M1 sowieso aus H1Z1 hat. Tja, leider. Ich mach die letzte Auszeit auf dem Besor, dass die Diegel mal eben kurz komplett abaktiv misst hat. Mein! Hörts sich nur komisch an. Aber ist die M1911 da überhaupt? Also ich hab sie einmal, glaub ich, gefunden, aber... Also ich hatte sie eben. Ah, gut. Meine Güte. Taugt die was? Meine kurze Freude. Egal wer Tee ist, ich möchte ihn gerne, äh, bezahlen. Was aber merkwürdig ist, ist... Ich möchte gerne einen Auftragsmod in Auftrag geben. Einen Auftragsmod in Auftrag geben? Du musst mal ganz kurz meine Mausernpflichtigkeit höher stellen, die Nacht dort. Ja, nein. Es muss schon ein Traitor sein. Ich hab ein Gemälde gefunden. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Also Wannwann, ne? Ja. Wenn du nochmal geradewegs vor die Wand läufst, nach einer Minute, dann... Ach nee, ich hab nur den hier gemacht. Ja, ja. Soll ich dich einfach mal in Fesseln legen? Ja, ja. Aber vorher, Panda. Panda, komm doch mal mit. Stimmt dich fest, wir haben ja auch noch. Komm mal hier. Willst du hier... Willst du hier runter? Spring doch mal auf den Karton da. Ja, ich... Du bist auch in meinem Weg reingelaufen. Willst du nicht auf den Karton springen? Also, ich habe in dem Raum, wo wir von uns... Hast du denn echt jetzt gefesselt? Geld platziert. Toll. Wir sterben, Mensch. Mein... Mein Ziel ist... Na wo kann ich... Du bist drunter springen, bitte. Sag doch, dass du das stört. Kann man da überhaupt drunter? Nein, kann man nicht. Da stirbt man. Wo runter? Ach, jetzt... Jetzt sehe ich auch zwei Tote. Achso, jetzt. Wo runter? Ich hab einfach... Wann, Mann? Der stand so auf der Klippe... Wieso sind die tot? Wieso sind die tot? Weil die über die Klippe gestürzt sind. Du kannst ja hinterher springen. Du kannst hinterher springen. Konfirm doch mal die Leiche. In meinem Leben. Na wo springen hinterher? Los! Los! Ich lebe! Ich lebe! Was willst? Obwohl, ich hab mal was besseres. Hier, fliegt! Oh! Oh, Disco! Florilove! Disco! Ja, ich bin der Sicherheit. Wenn jetzt noch ein Tee kommt, eine Supersichtbrühe hier draußen. Hallo! Wir alle am Arsch, ne? Waaah! 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 Noch ne Disco? Disco! 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 Parki! Parki! Es wird sich halt gehen hier. Ach, dann lege ich noch eine drauf. Hallo, Navo! Ah! 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 Wir haben fast am Kopf abgeprallt. Ich glaube, ich muss Cyberbot mal festnehmen. Darf ich meine Waffen wenigstens wegwerfen? Niemals! Du darfst mich auch gerne festnehmen! Äh, was ist das? Jan, oder? Friendship! Wo? Ne, ist gar nicht die Jan. Alles klar. Hackelt bei euch auch grad das Bild wie sonst was? Ja, bei einem Friendship Beam abgefeiert. Äh, ja, den hab ich hier gerade gefunden. Er lag hier vorne auf dem Boden. Niemand geht in den Raum rein, wo ich jetzt bin. Also ein Detektor ist dabei gestorben. Das ist in welchem Raum, welcher ist das? Keine Ahnung. Ich kenn dich hier nicht aus! Ey, wo ist der Friendship Beam? Wär ich auch nicht. Wär ich nur aufgesammelt. Ja, geh nicht rein, Cyberbot. Warum nicht? Weil es ist mein Safe-Room. Der Friendship Beam nach dem Abfall verschwindet, ey. Ich erschieße dich. Ich erschieße dich wirklich. Der Date verkriecht sich. Er ist verpufft. Ich bin Detective. Die Detective gleiche ist verpufft. Nur noch der Helm übrig geblieben. Nur noch ein Helm. Noch ein Hütchen. Seibert, du siehst mir gerade so ein bisschen verdächtig aus. Ach, inwiefern denn? Ich weiß nicht. Deine Augen sind so weit geöffnet. Naja, ich bin auch froh. Sonst treffe ich nicht. Ja, aber deine Pupillen sind erweitert. Ja, das ist normal. Außerdem ist dein Puls erhöht. Vielleicht irgendwo tot schon? Nee. Das ist alles ganz normal! Also Reaper ist tot, aber das ist alles, was von ihm übrig ist. Außerdem stammelst du irgendwas vor dich hin. Wo? Nee, ich bin hinter dir. Hier. Ach so. Ja, wo ist Reaper? Ja, die Leiche ist irgendwie weggebugt. Er ist im Friendship gestorben. Ah. Also hier ist der Blutfleck und hier ist eine Heilige. Okay, ich bin noch am Leben. Ähm, wo ist die Halleluja gelandet? Ich glaub... Panda ist... Da rein, da rein, da drin ist der Traitor. Panda ist tot. Ich mach die Tür zu. Panda ist tot. Wie, wo, was? Wie, was? Wie, wo, was? Weiß Obi-Wan Kenobi. Was hatten wir sonst? Ja, ich hab ihn gekillt. Jawohl. Hedgehog. Alles klar. Panda übrigens tippt, niemals die Minigang kaufen. Nein. Oh, 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 oh. Komm. Nein. Das war hinter mir. Da leben noch drei andere. Äh, komm bitte auf den TS-Gallern, wenn du diese Firma einsetzt. Weil nicht jeder den Sound hört. Okay. Und Coke, du bist gleich tot. Ich hab ein Fate gehabt. Ah, deswegen wurde ich nicht wiederbelebt. Ach ja, weil der Leiche war ja nicht da. Nein, nein, ich... Ich hab gar nicht deine Leiche gefunden. Nawa hat bloß gesagt, die ist weggebackt. Wuh? Ich wollte dich nicht wiederbeleben. Ich hatte noch den Credit, aber... Ja, das ist jetzt... Nee, wenn du ein Fate hast, kannst du keinen Dings holen. Nein, ich hatte... Ich hatte ja noch nicht den Fate, als ich gefragt habe, wo ist Reapers Leiche... Wo ist deine Leiche. Aber Coke, das ist eben... Einen Traitor hatte ich identifiziert. Das war Panda. Mr. Coke? Hey! Loria hat nen... Loria hat nen... Loria hat nen Data-Helm auf dem Popkart. Überall lang, wo alle sind. Jetzt ernsthaft. Dört keinen. Yo, er hat nen Disguise an euch allen vorbeigelaufen. Hab ich jetzt echt nen Data-Helm grad auf? Nein, nein. Der Detektor hat mich über, als ich das scheißen war direkt angeguckt. Gut, wer möchte die ultimative Macht haben? Ich nehm sie hier. Ich, ich, ich will sie. Wer ist jeden? Kommt drauf ran! Wer möchte den Sith in eurer Runde spielen? Ich wills nicht. Darf ich ihn mit nem Tüten? Ey! Kann man mit dem Sith eigentlich auch putzen? Wollt's Spaß machen? Ja, ja, nur nach oben. Cyber! Bitteschön! Du hast, du hast... Die Kameras! Alter, das ist wieder so ne... Tolle Gelegenheit für ne Jihad! Cyber erhält die Macht! Panda! Ich hab sie genau! Hi Exe! An Cyber weitergeben! Achso! Machen wir Golden Digas! Witte! Der ist tot! Ja, damit bin ich wohl. Panda! Ditzend! Ich sag noch, gib's an Cyber! Guck wer... Guck wer Tete ist! Guck wer Tete ist! Ähm... Hier ist einer getötet worden! Leute! Leute! Die hat keine Muni! Das sagt man doch nicht! Du hast den großen Tegel in der Hand! Nein! Die hat fünf Schuss! Die hat fünf Schuss! Die hat voll voll kreise fünf Schuss! Wer soll nichts bei uns? 1, 2, 3, 4... 3, 4... Er hat nicht wieder... Was ist? Nein! Ja, ja das ist richtig... Er lebt wieder! Was geht bei euch da drin? Nein, 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 nein... Nein! Wann, wann weißt du mal, Traitor? Wann weißt du, Traitor? Wann weißt du... Auf das ist die zweite! Ab den... Oh yeah! Na na, du hast ein super... Ab den... Achja, jetzt ist der confirmed! Disco! Oh yes! Super Disco Skript! Wander, was soll das heißen, zwei Punkte? Wer soll das sein? Ein Abo! Ich hab's gleich entsorgt! Oh! Der wurde weggesprengt! Der Deto wurde weggesprengt! Irgendwo von da hinten! Das muss irgendwo da hinten sein! Ich hab' da auf ne Tür Du lebst grad? Hast du ein D... Nee, hast du ein Defi oder was? Nee, den hast du genau Den hast du genau Jawoll! Schön, schön! Was gibt's denn? Wander, wen wolltest du da bitte gerade schreiben? Wann war? Mir? Aber wann war er tot? Wann war er doch schon tot? Was ist denn? Außerdem bist du durch meine Diegel gestorben! Gut, dass der nicht mitgekommen hat, wie ich Flori getötet hab! Das finde ich auch... Das finde ich auch irgendwie seltsam! Ich hab's mitgekriegt, aber irgendwie hat keiner im Nachbaraum das mitgekriegt, das war voll komisch! Wander, ich find das doch schon sehr interessant Du bist durch die Golden Diegel gestorben! Ja, bin ich! Ja, warum? Aber warum... Wolltest du dann wann war als... Weil wir drei Traitor hatten! Drei? Ja, wir haben drei Traitor! Ja, der drei Traitors in der Tri-Round! Oh... Was hat das passiert? Da steht da doch... There are three Traitors in this round! Ja, ja... Ich hab das nicht gelesen! Es steht immer unterwegs! Kann mir meiner helfen! Ich hab irgendwie mein HUD ausgeschaltet! F1 und dann oben auf Settings gehen! Reaper! Äh... Ich übertrage dir die Macht! Oh na na, ist mein Detekollege, okay. Was denn? Aber Reaper ist ein guter Schütze, ne? Wenn der stirbt, ist halt... Ja, Reaper ist, wenn er schießt. Hat funktioniert. Also, wenn er inno ist, ist halt blöd. Reaper, kommt die spitze auf mich. Ich opfer mich. Reaper. Okay, wer war das hier gerade mit dem Stuhl? Da haben alle gerade der Gold... Was ist denn das in diesem Raum hier? Ist hier irgendwie immer was kostenlos jede Runde? F1 und Settings klappt nicht. Der Reaper ist immer noch recht. Entblocker, Entblocker, Entblocker. Okay, ich bin konfirmt, würd ich sagen. Da hinten, da hinten. Wow! Äh, wie, was, hä, was? Hä, was ist denn? Der Reaper umbringen, ne? Der Reaper ist tot. Der hat mit ner Goldene Diegel, glaub ich, auch nicht geschossen. Warte, lass mich durch, bitte. Lass mich hier durch. Coke! Bäh! Dann steh ich mich halt in die Ecke und versuch da mein HOD irgendwie wieder anzuschalten. Achso, du warst mit dem HOD, ja gut. Ja, da, da, toll. Wir stellen mich jetzt davor, ich beschütze ihn. Wann war, wann war? Ich bin ja Inno. Äh, ja, ja, hier. Ich beschütze ihn. Achso, ja, na, da war ja mein Kollege nicht wahr. Äh? Äh, dein Kollege jetzt, aktuell, oder was? Reaper, was hast du getan? Oh, Entschuldigung. Äh, na, wo, was machst du da? Ich beschütze ihn, solange er seinen HOD macht. Sei mal, was hast du denn geschossen? Brauchst du nicht. Ich hab da hinten geschossen. Ich kann doch nicht mal Escape drücken. Das hat Wann mal hingeschossen. Irgendwas ist da reingeworfen? Da ist Wann was. Da ist Wann was. Das 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 ist Wann was. Ich hab da drüber mein Drachen gesprüht. Aber da ist Wann was oben. Ja, jetzt nicht mehr, weil ich mich nicht richtig gesprüht hab. Martin. Der Riker hat sich selbst umgebracht, beziehungsweise eigentlich hat er mit einer goldenen Deagle auf mich geschossen. Vielleicht hat er seine andere Deagle kurz ausgepackt. Ne, er ist ja direkt dabei umgekippt. Und es steht ein Schuss in der goldenen. Wieso? Warum? Vielleicht geht das HOD dann wieder. Ne, Martin. Bringt nix. Bleib einfach am Leben. Versuch am liebsten zu bleiben. Stimme aus dem Jenseits sagt Coke, bitte einmal reconnecten. Spiel beenden, neu starten, dann müsste es wieder gehen. Wärte die Tür zu, mach die Tür. Die Tür bleibt offen. Okay, okay, okay. Okay, Alt F4. Na komm. Flori, es ist da nur Minigang gehabt gerade. Bringt nix. Alt F4 funktioniert nicht, weil... Habs genau gesehen, Flori. Ist er tot? Ja. Ja, ich habs genau gesehen. Soll eigentlich noch irgendjemand mit dem letzten Schuss der goldenen Deagle schießen. Weg hier, weg hier, weg hier. Nein, okay nicht. Okay nicht. Weg hier alle von mir. Pass auf Coke, dass nichts passiert. Und da lebt der gute Nana wieder. Okay. Achso, ich habe gerade die Tür dabei. Warum hast du jetzt die Tür zugemacht? Ja, wegen der Wiederbelebung. Ein Trader lebt noch. Es ist keiner... Ja, ja, Exel, ich hab noch nen Schuss meiner goldenen Deagle. Ich setze mich auf die Couch, ich bin dekadent. Ähm, du hast nur wenig Leben, also schießen wir auf Navo. Ich bin proven, ne? Achso, du bist... Hast du über uns angeschossen damit? Ja, Weeper hat... Schmeiß mal Navo hin und Navo schießt auf Cyber. Auf mich? Oh no. Du sollst auf Cyber schießen. Ich hab so verdacht, dass Navo Trader ist. Das kann gut sein. Ähm, Navo hat ne Taube. Navo ist! Navo hat ne Taube! Ja, ne? Damit wissen wir gleich. Ja, hau sie! Ah, nein! Alter! Du... Warum? Ich habe mir die Märtyrergranate gekauft, habe damit den goldenen Deagle auf dich geschossen und alle wird ihn im Robben tot genommen. Ah! Das macht sie. Das ist... Ah, ja. Sorry, was war jetzt? Hä? Ich wollte gar nicht auf die Minigun wechseln, deswegen bin ich drauf gekommen. Ich hab die ganz kurz in deiner Hand gesehen. Was ist denn unter mit Gmod los, ey? Keine Ahnung, das muss mit dem letzten Patch in Verbindung stehen. Ja, da ist einiges kaputt gegangen wahrscheinlich. Und ich hab mir noch extra die Patchnotes durchgelesen. Und warum habe ich überhaupt mit dem Minigun gar nicht getroffen? Da war... Ich hab voll getroffen eigentlich, aber... Ich schieß total schrecklich. Ich schieß total schrecklich. Ich hab nicht getroffen, da kam Blut raus. Da kam einfach Blut raus. Da kam einfach Blut raus. Die Minigun schießt mit T-Tips. Oh, der Exe. Unser T. Unser... Der. Sein Kollegen, der Exe. Wir sollten jemanden verhaften. Ich hab mir gleich einen Bulldozer geholt. Das steht aber... Jemand hat sich einen Deathbringer geholt. Also angemacht. Ja und Deathbringer hab ich ja auch geholt. Das war ich auch. Also angemacht. Was hast du hier gekauft? Ich weiß noch nicht. Was soll ich kaufen hier, Kollege? Was sagen Sie? Bananenbombo oder sowas. Ich bringe euch gleich um. Bananenbombo. Gibt's aber nicht. Also wenn du uns umbringst, dann seid ihr ja wohl echt Schubo und so Traitor-Kollegen, ne? Genau. Ja, ne? Also ich... Ich würde euch an eurer Stelle aufpassen, wir wollen ja was sagen. Oh, habt ihr euch gerade damit jetzt umgebracht? Herr Nanna, Herr Nanna, bleibt nicht stehen. Ich wollte gerade eine gestochen. Nein, also Flori, ne? Ich würde dir aber aufpassen, ne? Die Technik... Die Technik... Ah, ist ganz wichtig. Okay, Will, dann guck mal, das Reaper. Oh, guck mal, was ich bin und guck mal, du shopst gerade. Ähm, Mr. Coke, wenn's übrigens nicht klappt, versuchen wir auch mal als Team noch neu zu starten, wird sich. Ja, bitteschön. Ja, komm ich zum Detem. Ah, ja, komm ich zum Detem. Ah, komm, Deaths, ja. Doch, wenn du gerade geworben hast, danke. Wo ist, wo ist Weeper? Wo ist der denn, wo ist der? Bei mir im Deadringer, Deadringer. Ah, okay. Sicher? Ah, ja, ja, okay. Ah, ich hab die gesehen, ja, da, genau. Okay, das war ein Volltreffer. Ah, nehmen wir um, genau. Soll ich vorgehen, vielleicht erst? Hä? Wer schießt denn da? Ja, ich will ihn nicht niemals kriegen, ihr Noobs. Ja, der Rotation, Gott. Ja, okay. Ey, bist du links oder rechts? Ich bin hier hinter dir gerade. Ja, okay. Wir suchen immer noch Weeper. Äh, what the fuck? Ich habe gerade ein Briefcase gefunden. Hier ist noch was. Ach, das ist Hammer. Hast du gerade eine Lüftung geschafft? Doch, den hab ich verloren. Ich bin da halt von hier. Oh! Scheiße. Nee, ist immer drauf, der Finger. Scheiße. Nee, aufpassen. Na, na. Ich hab drauf geschossen. Aufpassen. Aufpassen. Au. Das war die Märtyla. Das war die Märtyla. Das ist hier durch. Ja, das confirmst du doch die Leiche. Ich bin Tete. Er hat sich ja noch hochgehalten. Ähm. Ich war das. Ich muss nicht hoch. Deswegen bin ich da weg. Und Reaper lebt bestimmt noch. Ja. Das ist mal krass von Lüftungsschatz raus. Ich bin irgendwie über hier. Reaper hat Lowlife, ne? Was? Ich bin über die Lüftungsschatz. Du musst beim Lüftungsschatz kommen. Wow. Ich hab mich gerade echt erschrocken. Ich war gerade kurz vorm Abschied, Navo. Wenn Reaper nicht, Reaper lebt noch Lowlife. Hi. Wann mal. Es ist nur ein Traitor tot, gell? Ja, Reaper lebt noch, wie gesagt. Hi. Na, wo denn mal da? Hallo. Da hat jemand gesoffen. Das war Reaper. Nee, das ist ja für deiner. Der ist ja auf der anderen Seite im Raum. Der ist wahrscheinlich im Traitor Raum. Ja, im Traitor Raum ist er. Äh? Glaub ich nicht. Der ist im Traitor Raum. Okay, einer von Cyber, Navo und Floh ist auch noch. Er ist, hier. Und im Deadringer. Ja. Nein. Wer hat's wieder vollgehalten, ja eben. Nein! Okay, Cyber und Floh, ihr könnt euch nullieren. Ja, toll. Floh, ich Reaper tot. Reaper lebt noch, deswegen. Ja, es kann nur einer von euch beiden sein. Floh, ihr lebt's noch? Ja. Gut, das wird jetzt ne schnelle Runde für euch. Floh, ich bin hinter dir. Was? Hä? 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 Hä, wer ist ein Tee? Hä? 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 Ich hab wieder Grandlands. Hä? 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 kommentiert jetzt taktion hallo 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 das ist ja auch nicht verboten dass du immer wieder raus laufst und in den traiter umgehst aber die ganze zeit und exe warum sagst du cyberbot ich bin im twitter ich bin wieder hier sollte man wieder drei trete auf jeden fall er ist ein zombie oh mein gott oh mein gott also ich finde ja übrigens man hört keinen akustischen hatte nur die richtung kommt und ich gewundert was ripa da macht nein ich ändere gerade hallo ich glaub es nicht hoppt gerade nein ich habe nein der steuerung seit wann hast du problem mit der steuerung ich habe ihn umgebracht ja weil das entspricht ich habe ihn umgebracht ich wusste es dass es ist es ist doch blöd dass er seinen traiter kollege umbringt dass es dann sofort das ist sinn des dings der hitman mod ich meine ich stand direkt neben ihm was soll ich machen sondern er war schon low health ja du hast ihn ja glaube ich dann sogar getötet ne ja hab ich ach ja wann war hast du wieder essen auf dem linken monitor ja aber natürlich findest mal wie du isst wann war genau so ein let's eat let's eat wann war isst das und das und das und das das könnte ich hinkriegen wann war jetzt ein apfelkuchen wäre aber echt geil ganz einfach ohja willkommen hallo netz willkommen zu zu wann war backt heute backen wir einen apfelkuchen ok danach wann war isst machen wir so so eine kopie von wann war das hat warte es ist auf warte 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 hat sie gut heute ein selbstgemachten cocktail kannst du gut kochen warte ich nehme sie Ich nehm sie. Wie die sich draufstürzen. Ich weiß, sie sollen den Diegel irgendwo hin. Ihr könnt euch. Oh meine Güte, endlich schlepp den mal. So hast du ihn hier. Oh komm. Alter. Schon wieder Snail? Der hat nen T-Pass. Ach Snail, komm. Mach mal's einfach. One on one. Ihr habt's gefallen, Ben. Ach man. Was ist die Zeichen da vermutet? Nee. Ach verdient. T-Elevation, yay. Nee, nicht vergessen. Ich bin mein Vater. Oh, hier liegt ne Leiche. Oh, Ripple ist tot. Nein, nicht T-T-T. Und einer war T. Ach Snail ist tot. Ach Snail ist tot, ja, aber Snail ist tot. Ah, Snail ist tot, ja. Dinge, die bei T-T-T passieren. Die Leute sterben, wenn sie angeschissen werden. In der letzten Folge von T-T-T. Wir werden alle sterben. Wann war das 10? Wir werden alle sowas nicht sterben. Ich hab immer so Unternahmen mit nem 16 SE, also da ist, äh... War nur ne, war nur ne Disco. Disco, Disco, Paki, Paki. Oh, da ist ja noch ne Leiche. Da ist ja noch ne Leiche. Da ist ja noch ne Leiche. Ach, das ist Exe. Exe ist auch tot. Oh Gott, was ist denn? Gegenfrage, wer lebt doch? Also ich lebe? Ich lebe auch noch. Ein D-T lebt auch noch. Coke? Ja. Okay. Ey, der läuft ja hinter mir ja gerade. Ich hab den Golden Eagle von Coke bekommen. Wow, freu dich, Cyberbot. Buch? Und ihm ist es wieder voll. Wann war? Ja? Du bist es. Warum stirbst du nicht? Wissen nicht. Wahrscheinlich, weil ich überlebt habe. Logik mit Wamba. Ja. Finde ich auch. Nein. Nana. Nein. Ich hab den Tee gekillt, Depe. Bring den nichts. Ist doch toll. Toll. Wissen du jetzt, Wamba? Ja. Das hat wahrscheinlich gar nichts gebracht, ne? Nee. Nicht so. Naja. Oh. Oh. Sehr gut. Kelle 13 HP. So, letzte Runde. Spun hat auch nur noch wenig Leben. Was für ein Cyber? Warum? Darum. Ja, trotzdem war das ein Random Kill, weil er hat keinen eindeutigen Sachen gemacht. Ja, gut. Das hätte jeder uns machen können. Äh, letzte Runde, ne? Hey, lass die Leute ausreden. Snail hat sich ein bisschen gewehrt. Ähm, ich wollte auch das hier. Aber ich frag mich, warum die einfach nicht stirbt einfach, wenn ich schieße. Weil ich glaube nicht, dass man da auf einmal so eine Armor kaufen könnte. Oh klar. Während der unter Beschuss ist wohlgemerkt. Ja, äh, hallo? Wisst ihr was ich schon alles, während ich unter Vollbeschuss bin, gekauft habe? Also das ist einiges. Ja, du bist aber, du bist aber nicht Wanwa. Reeper. Das war jetzt diskriminierend. Hallo Wanwa. Du bist nicht Wanwa. Diskriminierung. Ganz ehrlich, Wanwa ist wie Kahlglas. Oh, das war jetzt mal her. Schaut raus. Chory, inser Party? Ähm. Hallo Kog. Na wo K? Basta? Komm mal zurück hier. Ein vernünftiger Mensch. Schau dir mal an, wie diese Waffe in der Lampe steckt. Ander. Ich finde das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Wann war? Wann war? Doch, das hat er nicht. Okay. Komm her, ja. Komm her, ja. Ja, ja. Ich geb dir die Macht. Wen soll ich? Äh, nehmen? Neh, mein Handy. Nehme. Was macht ihr da alle? Mein Handy? Egal. Wow. Jemand ist gestorben. Ja, ich glaub, dass die T-Türtel gerade ausgelöst wurde, oder? Ich höre tote Menschen. Ja. Da haben wir zwei T-Türtel-Kollegen. Äh, ja. Äh, ne, es war Panda vorhin. Äh, extra. Es waren alle in der Nähe, Reaper. Ey, was? Wow, wow, T-Türtel, T-Türtel. Okay. Okay. Du hast das überlebt. Okay. Dauend. Alter. Ich bin, ich hab ne große Resistenz-Coke, ne. Schön ab shoppen hier. Äh, Exel, soll ich jemand mit der Golden Deagle abschießen? Äh, schieß Coke ab. Ja? Ja, mach's. Okay. Okay, kann das groven. Die Nader da drin hängt, ist ja mal geil. Okay, Coke ist groven. Gibt die mal, schweiß die mal zu Panda hin. Panda darf mal mit der Golden Deagle auf jemanden schießen. Hebe sie auf. Und schieß auf Flori. Gut gemacht. Nochmal direkt. Haha. Also Leute, ich wollte auch noch was umbringen. Ähm, jetzt. Sorry, dass es nicht übrig blieb, Simon. Meine Damen und Herren, und damit sehen wir uns dann im nächsten Programm wieder. Wie viele Turtles liegen da? Um 22.15 Uhr schalten sie dann wieder ein zu Trouble in Terrorist Town. Hier auf dem RTL. Tschüss. 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 Tschüss.